Hallo zusammen, hier ist der Attila von Hochzeitsgeschichtebuch.com. Der Freitag kommt bald, Eingabeschluss, Public Voting für den Wedding Awards Switzerland. Ihr wisst, ich will dabei sein, aber um gewinnen und nicht einfach dort auf einer Liste stehen. Ich will ganz oben sein, ganz oben auf dem Treppchen. Nummer 1, ich will gewinnen. Und dafür brauche ich deine Stimme. Hast du jetzt noch Zeit, bis am Freitag dein Voting abzugeben? Schau dich ein bei WeddingAward.org, geh auf die Foto-Video-Rubrik, klick auf hochzeitgeschichte.com und bitte gib mir deine Stimme. Danke vielmals im Voraus und drückt mir die Taume, dass es auch entsprechend klappt für den Platz Nummer 1. Danke euch, bis bald. Tschüss zusammen. See you then. Untertitelung des ZDF, 2020